Hallo, ich bin der Peter, der Fußgänger. Ich gehe gerne zum Roten Stern, leider nur zur ersten, viel mehr Zeit habe ich immer nicht. Ja, warum der Kiez-Club in Kiez, das ist ganz klar, die gehören dahin. Das ist Konnewitz, das Herz, das schlägt das Herz. Und da hat alles begonnen und man sieht, wie gewachsen sind, 16 Sportarten mittlerweile. Total verrückt, deswegen unterstütze ich das zu 100%. Wir von der Frauenkultur finden, es gibt keine Alternative, deswegen Roter Stern Leipzig, ab in die Teichstraße. Wir von der Moritz-Bastei sind der Meinung, dass ein Klub einfach in seinen Kiez gehört und deshalb sagen wir, dass der Rote Stern in die Teichstraße muss. Wir von der Feinkost wünschen dem RSL die Teichstraße. Kiez-Club in den Kiez. Wir sind vom Kaya. Und auch wir wünschen uns, dass der Rote Stern nach 17 Jahren endlich in die Teichstraße kommt. Kiez-Club in den Kiez. Ich unterstütze, dass der Rote Stern den Pachtvertrag für das Sportplatzgelände auf der Teichstraße bekommt. Weil der Rote Stern hat inzwischen über 1000 Mitglieder, ist kein reiner Fußballverein mehr, kann daher den Platz oder das Gelände in seiner Gänze mit Leben füllen. Und er hat auch gezeigt, dass er große Investitionen stemmen kann mit dem Sozialtrakt, der fast eine Million gekostet hat. Und von daher traue ich auch dem Roten Stern zu, dass er auch dieses Sportplatzgelände wieder mit Leben füllt. und haben das gerne gehört. Und da- und der Rote Stern da- und das Gänze. Und doch auch das Gerät.